Poste mal deinen Code. Ich will wissen, wie du programmierst. Ja, viele Leute wollen immer, dass ich den Code poste, den ich da fabriziere, damit sie es nachvollziehen können. Ich bin aber der Meinung, nein, das bringt euch fast gar nichts. Denn in der Regel ist es so, dann seht ihr den Code und dann wartet. Es ist viel effizienter, wenn ihr den Code selbst euch erarbeitet und euren Kopf anstrengt. Weil mittels Copy und Paste, da lernt man nämlich rein gar nichts. Wenn ihr schon fortgeschrittene Programmierer seid und ihr interessiert euch nur für einen einzigen Befehl, den findet ihr auch bei Google. Aber Zusammenhänge und Algorithmen nachprogrammieren sollte man schon lieber selber machen. Ansonsten ist es ein Baukastensystem und es ist dann kein Programmieren mehr, im eigentlichen Sinne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017